Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Destiny und heute ist wieder dabei Dörmerlin, der gerade schon geredet hat und bei dem gerade aufgefallen ist, dass Windamp sich geschlossen hat, das heißt ich kann ja gar keine Musik gerade im Hintergrund anmachen. Das übersteuert gerade also die zwei Bosse natürlich, Boss aus Stadt Rot und Boss aus Stadt Blau am Start. Genau, so jetzt komme ich auch auf den Server und muss noch das in den Vordergrund machen und alles ist perfekt. Äh, was wollen wir heute machen? Ja, ich, ähm, wir, kannst du schon, ähm, kannst du schon Portale machen? Für uns. Äh, ja, ich müsste da ja erstmal hinkommen, das dauert ja lange. Oh, er baut einen Schmiede, das ist schön. Das ist schön, Schmieden sind immer schön. So, wieso ist denn Windamp so laut? Kannst du mal reden ein bisschen? Hallo, du kannst ja einfach, du hast ja bestimmt einen Mirror, ne? Ich hab einen Mirror, ja, ich kann zu dir laufen und dann ein Portal setzen und dann zurück, aber ich muss, wie gesagt, dafür muss ich ja erstmal zu dir laufen und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Windamp ein bisschen leiser pegele, weil man dich sonst wahrscheinlich schlecht hören wird. Das geht ja so gar nicht. Warum fügst du Musik nicht nachher ein? Weil du ein faules Stück Scheiße bist. Ja. Und weil ich gerne Musik beim Zocken habe. So, das, mein Haus ist hässlich, ich weiß. Muss ich mir gar nicht erst schreiben. Dann nimm mit, dann musst du mit die X-Tory aufnehmen, dann kannst du den Player nicht aufnehmen. Ich will den Player aber aufnehmen. Ich höre ja auch keine, äh, Gamer Musik, also ist ja egal. Also, okay, hier wird er wahrscheinlich die Schmiede hin. Ähm. So, ich gucke dann mal auf die Karte. Ich hasse es, dass, dass Bonebeam mal downgepatcht wurde. Ich hasse dieses Update. Ähm. Mit dem das kam. Wie kann ich einen Marker löschen? Delete. Ja, gute Frage. Ich kenne mich mit dem Map überhaupt nicht aus. Hallo? Ja. Da kann ich den bearbeiten, aber ich würde ihn gerne löschen. Help, warte, Delete. Äh, auf Delete. Ja, das steht da. Also Backspace. Nee, Delete ist ja entfernt. Ach, jetzt klappt's. Komisch, so, das Marker, dann kann ich auch entfernen. Ich habe nämlich, am Ende dich brauche ich. Dich brauche ich wahrscheinlich auch. Die, aber ich brauche wahrscheinlich alle nicht mehr. So. Gucken wir mal. Hier ist Stadtblau. Kann ich mir da ein Marker hin? Wo ist denn, äh... Blaui, baui. Wo ist denn, kannst du mir die Koordinaten sagen? Unter der Stadt? 8500. Moment. Und 1000, circa. Stadt rot. Game! Game! Also, mal X. Du hast ja bestimmten Marker bei deiner Stadt gesetzt, wo du nachgucken kannst. Wieso ist der Twilight-Marker nicht aktiv, sehe ich gerade. Frage ich mich gerade. Ich habe eigentlich keinen. Äh, X ist 8500 und... Äh... Warte, 8500. Y? Y ist, äh... 84, aber das ist ja egal. Und sonst 1000, das dritte. No 1000? Ja, ungefähr. 8500 ist ungefähr, du bist dann da in der Nähe. So. Ich habe dich schon verzaubert. Naja. Da muss nämlich wieder alles weg. Ähm. Ich komme in deine... Ich komme in deine Stadt einfach. Kann ich nur einen Marker setzen? Nö. Wenn der gerade eine Schmiede baut, das wollte ich nämlich eigentlich auch machen, weil danach... äh, wollte ich dann anfangen, mein Haus zu bauen. Dann komme ich jetzt einfach in deine Nähe, in die Nähe von deiner Stadt und dann ist gut. Das habe ich dir so dabei. Oh, ganz schön viel. Dann setze ich da nämlich einfach in eine Portaltür. So, der braucht noch Gold. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Ich habe hier noch ein paar Goldblöcke und so. Ja. Einmal durch den Dschungel muss ich durch und dann noch viel weiter bis zur Einendlichkeit. Und dann bin ich bei dir. Ja, ja, ich, äh... Ups. Das wollte ich... Muss der seine Hasch-Cookies abholen, komm. Oh, renn doch nicht weg! Wer? Ja, hallo. Der Spasti hier. Hallo. Björn. Und das ist lustig. Oh, was, 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 was ein Spasti. Danke! Oh mein Gott. Das war jetzt aber eine, eine... Farse. So, ich gucke halt mal, wie viele, äh, Sterbe ich noch habe. Dann komme ich danach einfach zu dir. Hey! Kann ich das hier nicht einfach alles reinmachen? Oh, dich baue ich noch. Dann müssen wir mal einen Dungeon machen. Da sind Spiegel drin, die brauche ich also noch. So, nein. Und da sind noch Stäbe drin, die ich noch brauche. Und das Walker-Sort nämlich noch mit. Und dann mache ich mir noch einfach mal ein paar neue Stäbe. So. Wir müssen nur noch. Nur. Hä? Ey. Was macht mein Bogen hier? Hallo? Hallo. Ich bin gerade verwirrt. Hm? Von meinem, von meinem, von allem hier. Einfach. Hm. So, ich brauche noch Diamanten. Da. So. So, der Eimer kommt einfach mit zu den Erzen, warum auch immer. Nein. Oh, Hexer-Lektion hier bei mir. Aber komisches Kistensystem. Ist auch schlecht. So. Wir brauchen noch kein Bett. Mensch, Björn. Betten sind schwul. Ups. Hast du ein Bett oder nicht? Ich? Überhaupt. Ja, dann bringt das ja eh nichts. Überhaupt keine Wolle. So. Die wollen alle Tag machen, oder was? Ist langweilig. Die sollen sich einfach eine Ziefrüstung anziehen. Und gut ist. Dann sieht man es ja eh nicht mehr. Wieso bist du wieder da? Ich habe die ganze Zeit Sterbe, die kaputt gehen und dann wiederkommen und kaputt gehen und wiederkommen. Ich habe fünf Poison-Essenz. Wusste gar nicht, dass ich die habe. Wo bist du vom Ziefritt schon wieder her? Sobald ich in die Kiste oder ins Invertar oder so gehe. Hallo? Nimm die Poison-Essenz doch mit. Ich muss mir noch ein Bett machen, weil ich habe meins noch gar nicht gesetzt. Hm. Wenn der schon einen Spiegel in deiner Stadt hat, dann kann ich einfach mal schnell vorbeikommen und dann kann ich das ja machen. Schnell. Der soll mal einfach hier hinkommen. Ohne Witz, der ist gerade so dumm. Einfach nur, ich würde ihn am liebsten totschlagen. Kannst du gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Ja. Ops. So. So, ich gucke mal hier, wenn der in die Eingangshalle kommt oder so. Dass ich den direkt runterziehe. Das ist ja gerade schon ein bisschen behindert von dem. Finde ich das. Der soll nicht in den TS. Doch. Das ist doof. Was? Ich will aber nicht mit dem aufnehmen. Ja, ja, dann schiebe ich den danach wieder raus. Ich will den das nur fragen, weil der gerade so ein bisschen extrem behindert ist. Okay. Und, äh, dumm rüberkommt. Weißt du, so als ob er sein kleiner Bruder spielt oder so. Vielleicht ist das ja auch so. So, zwei Türen brauche ich. Ja, ich sag jetzt die, äh, ich wollte gerade schon sagen. Oh, jetzt muss ich auch noch in Skype online gehen und die TS IP kopieren. Mensch. Hallo, Computer. Wieso lagst du so? Ach ja, wegen Hexit. Wenn ihr wisst, warum Hexit bei mir so extrem viel Arbeit speichert. Und ich habe dem zwei Gigabyte zugewiesen und das verbraucht ungefähr. Also, ich habe dem drei Gigabyte zugewiesen und das läuft bei mir. Perfekt. Björn, Björn, Björn. Da. Da ist der IP. Der war doch schon auf dem TS. Wieso hatten der den nicht? Äh, ja. Weil gerade sein kleiner Bruder spielt. Das habe ich auch das Gefühl. Vielleicht kommt es mal. Hallo, ich bin der Björn. Ach, nein, bin ich doch nicht. Ich bin der kleine Bruder von Björn. Aber ich dachte, ich bin der Björn und spiele jetzt einfach mal hier auf dem T- Auf dem, äh, Dings, ohne aufgenommen zu nehmen. So. Das fände ich lustig. Ich nicht. Gut. Hm. Ein Starpiece. Na du? Das Setzwerk hat gestorben, du Spinne. So, jetzt gucke ich nochmal in TS rein. Da ist er ja. User was moved to your channel. Hallo Björn. Hey. Wieso bist du gerade so behindert? Hallo Björn. Warum behindert? Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit dir schreibe, dass du der tippste Mensch der Welt bist. Warum? Weil du nichts kapierst. Da hast du schon ein Spiel oder so in Stadt Blau. Nee. Okay, dann muss ich da erst hinlaufen. Achso, achso. Ja, 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 ja. Ja, habe ich nicht. Aber ich, guck mal hier, die Schmiede, guck mal. Ähm, da sind jetzt schon alles drin. Also es funktioniert theoretisch schon. Funktioniert, ich brauche nur noch, ähm, Lava, um die anzuheizen. Ja, dann hol doch Lava. Ja, wo ist ein Lava? Keine Ahnung. Such halt. Ja, eben. Ich weiß auch nicht, wo Lava ist. Hier, ähm, wir sind ein paar Meteoriten. Geh einfach durchs Eisbium, da sind ein paar Lavaflächen. Ja, okay, mache ich. Ähm, ja. Ach, nee, ich merke gerade, ich habe ein Problem damit, dass ich meine, dass unsere Stadt im Eisbium steht und ich ein Feld gebaut habe. Ja, das habe ich auch. Unter der Erde. Das Problem hatte ich auch. Ja, okay, ähm, Merlin, ich bin wieder raus. Hau rein. Ja, ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Äh. Das heißt, ich muss jetzt hier aufpassen, dass hier nichts gefriert. Ja, du musst ganz viele Fackeln setzen. Ja, habe ich auch. So. Ach, ich muss noch, äh, Dings machen. Genau, die Portaltüren. Was ich die dabei habe. Und noch das Portal. Äh, den, den, den. Na, müssen die Fackeln da ungefähr dran stehen. Nicht damit. So. Aber es reicht so. Ja, Skelett. Geht so sterben. Oh, hier sind so viele Monster gerade. Unglaublich. Unglaublich. Wo ist das gelächter, was hier gerade war? Naja, egal. Äh. Habe ich dir schon gesagt, dass man mit dem Leger-Boat cheaten kann? Und wie? Indem du einfach vor dir auf den Boden schießt, nur halt ganz kurz gedrückt hältst die Maus. Und dann sammelt er manchmal zwei Pfeile ein. Hm. Du schießt ja auch zwei. Nein, man verbraucht einen. Echt? Ja. Ist mir egal, ich habe eh Infinity drauf. Die sechs Level sind jetzt auch nicht so schlimm. Aber Bug-Using ist nicht erlaubt, oder? Nope. Deswegen sind Pfeile jetzt nicht. Dann müsste ich jetzt eigentlich aus dem Projekt fliegen. Es gibt ja nicht, es ist ja nicht das, äh, jede Dings direkt. Wieso sind eigentlich so viele Creeper immer bei mir im Haus? Wir müssen unbedingt ein paar Lichter hier einbauen. Naja. So, ich weiß immer noch nicht, wo ich die, äh, die Türen hinmache. Ach, ich mache die jetzt einfach hier rein. Ich nehme mich immer angreifende Mobs. Ich fasse Mobs. So, Rift Signature stored. Und dann, ja, Dings habe ich dabei. Welches von den beiden ist denn das jetzt? Okay. Was ist das? Dann würde ich mal sagen, ich mache mich auf den Weg, ne? Ja, mach das. Und, ähm, Ich muss mal überlegen, was ich in der Zeit mache. Wieso hat... Hallo? Hä, was ist... Oh, Mann. Diese Stäbe mit Unbreaking verzaubert, die machen, äh, Dings so kaputt. Was? Ähm. Hier, wie heißt denn der Mod nochmal? Äh, der Mod mit dem... Inventory-Typ, genau. Die werden dann immer... Schmeißen sich immer raus und kommen dann wieder und schmeißen sich dann wieder raus. Ich weiß nicht, aber das ist ein, äh, Mod-Problem. So, ich guck mal hier, dass ich noch ein paar... Dings vielleicht abbaue. Oh, hier ist Lava. Das wäre ja was für Dings. Ein paar Knick-Nurie-Chips. So, ich packe eigentlich dann. So. So, ich habe mir jetzt... Diamantschuhe gemacht, meine alten Schuhe einfach bei irgendjemandem aus unserer Stadt in die Kiste geworfen. Eigentlich ja schon so ein... Oh, warte mal, warte mal. Ich bin König, ich traf das. Darf jetzt mega arrogant sein. Oh, Kastorat. Oh, schade, ich habe kein Riftblade. Hätte ich ein Riftblade dabei, könnte ich mir jetzt schnell noch ein paar Sachen da cheaten. Oh, da habe ich Jens drin. Nö. Was? Schokobus? In unserer Stadt wo? Wo? Wie? Wie ist denn das?